Wenn so ein Rekker König war einfach krank. In eurem Storff seht ihr seine Familie, seine Freunden. Ich habe drei Dinge aber recht begleitet. Wenn euch gestorben sind, dann würde ich sagen, dass die beste Doktorsche auf der Welt wundern kommen und drehen meinen Soack. Zudem bewiesen, dass die beste Doktorsche in der Welt nicht die Lösung für das Leben in dieser Welt hat. Nummer 2. Wenn ihr meinen Zweck aufdreht, all mein Geld, all meine Dinge, alles, was ich habe in dieser Welt, könnt ihr das von sich ausdrehen. Zudem bewiesen, dass alle Unstrengungen, die ich in dieser Welt gemerkt habe, bleibt auch hier. Nummer 3. Da meine Hände würden mich in Soack rutscht werden. Ein besonderer Soack, wo meine Hände rutscht werden, würde zu sein, dass meine Hände sind, Lärich. Wir kommen mit Lärchen in dieser Welt und wir gehen mit Lärchen in dieser Welt rutsch. Markus Kapitel 3. Verschachendartig sagt, Wut würde ein Mensch dort halten? Weil ganze Welt gewinnen, alle Geld auf dieser Welt in seine eigene Säule verspielen. Sofern sei die Säule besorgt, am Schaufen, Rückwurren, und doll Dinge haben auf dieser Welt. Aber wie viel geht denn davon? Weil dort, wo diese Welt ist, wo man Soack hart ist. Stell dir vor, hier ist die Geburt, hier ist die eine Schäule, du befriest die, du bist herrück, du schaffst Soack, und hier schaffst du. Das ist das ganze Leben. Alles, was du in dieser Welt belebst. Und wenn du da bist, dann fängt die Ewigkeit an. Du hast keinen, wird es wieder, und wieder, und wieder. Das ist Markus Sasa und dort gesagt. Wut würdet halten? Alles gewinnen hier. Der rückste Mensch auf der Welt sind. Und alles haben, was mir fehlt. Und ich kann mich niemals Zeit genommen für meine Säule zum Reutmärchen veräubigen. Aber du denkst, merke ich, Reut, veräubigen. Ja, wir machen Leben, wir machen Schaufen. Wut würdet wichtigste, als Zeit nehmen, zum Reutmärchen, veräubigen. Das wird gehalten. Das wird wieder hier. Das wird durchlebt. Alles, was der Kirche hat und das hat die Schuft, und das hat die Erragaat, und das hat die Schreie, und das hat die Jetz, das blivht hier. Mein Lager häng, wo ich in euch jetzt nicht. Das wäre nur der Halt, oder mein Himmel. Du nun, da wurde kein Tiet genommen, ab dem Partei. Mach Gott schenken, mir nur geben, wird wir in dieser Tiet, das waren wir geschaffen worden, Tiet nehmen, zum Reutmärchen, von jetzt wie es lebt, von der Seule, wird wir hier in der Himmel sein. Wie Gott in Himmel sind. Gott ist ja eh. Musik 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 Musik